Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Display zu Warzone 2100 und genau, wir waren beim letzten Mal in der Zeitmission unterwegs und haben es gerade noch geschafft, am Ende mit den richtigen Einheiten die Basen platt zu machen und die Artefakte einzusammeln. Und, ja, wir haben die Mission beendet und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt einfach mit dieser neuen Folge in die nächste Mission rein. Ist klar. Die Untersuchung des eroberten Gebäudes hat ergeben, dass die Technologie der synaptischen Verbindung in diesem Gebäude untergebracht war, jedoch vom Feind entfernt wurde. Sobald die vorgelagerte Basis eingerichtet ist, werden wir unsere Suche fortsetzen. Missionstimer aktiviert. Aha, also eine vorgelagerte Basis. Okay. Ähm, ja, was für Gebäude wollt ihr denn da haben? Vorgelagerte Basis errichten Sie eine vorgelagerte und wählen Sie Angriffe für das New Paradigm ab. Errichten Sie Verteidigungsanlagen, warten Sie mal mein Set. Verteidigungsanlagen bis der grüne Punkt fällt. Oh, okay. Ergänzend. Ah, okay. Verteidigungsanlagen. Verteidigungsanlagen. Wir sind immer noch auf der gleichen Web. Das ist irgendwie total geil und, äh, wir müssen mal aufhören. Ah, ja, doch, wir haben... Okay, wir haben und wir können... Guck mal. Vorschussmodul. Und einmal hier die Motoren mit Kraftstoffeinspritzung. Okay. Wir machen mal Spielgespr... Äh, was? Produktion abgeschlossen. Gut, was, 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 was. Nix da. Hier nicht. Was ist das denn hier? Da ist noch ein roter Punkt. Ah, die Landezone von denen oder was, ne? Produktion abgeschlossen. Produktion abgeschlossen. Ja, das ist die Landezone. Okay. Alles klar. Die sind ganz schön flott. Die erinnern hinten auch Spielgeschwindigkeit doppelt. So, ähm... Ja, wartet mal. Wir müssen aber jetzt mal langsam hier aufhören zu produzieren. Tatsächlich. Grundlagenforschung abgeschlossen. Grundlagenforschung abgeschlossen. Okay, wir können jetzt nämlich... Mit einem LKW, der gleich hier rauskommt... Diese Forschungszentren verbessern. Schau euch das an. So, wo kommt der dann hin? Der sollte ja dann eigentlich... Ja, okay. Und... Yo, alles klar. Alles klar. Der setzt die einfach vor unserer Nase ab hier. Ja, toll. Ja, wobei Bunkerbuster brauchen wir jetzt nicht mehr. Wir müssen einfach Verteidigungsanlagen bauen. Okay. Ja, kommt. Bunkerbuster brauchen wir nicht mehr. Ähm, okay. Oh mein Gott. Wir haben hier einiges an LKWs. Ah, wartet mal. Die KI wieder. Ach, in diesem Spiel ist die KI echt ein bisschen... Ein bisschen, äh, tollpatschig. Gut, dann fahrt mal bitte hier vorne hin. Was wird hier los, Katze? Ist mal ehrlich. So, ähm... Was können wir denn als Verteidigungsanlagen bauen? Aufhängung mit Lancer. Okay. Oh, schon wieder einer. Oha. Das könnte dann jetzt ein bisschen knapp werden, tatsächlich. Da unten? Da unten? Da unten? Na gut, ich wollte das... Höh! Oh. Okay, das ist nicht gut. Das ist jetzt aber gar nicht gut. Nein. Meine LKWs. Ihr seid ja lustig. Gar nicht mal so einfach, ey. Gar nicht mal einfach. So. Ähm. Ihr LKWs sollen bitte mal runter. Nimm zwei. Bop, 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 bop. Nein! Alter. Was, die mal bei der LKWs sind, wo ihr Feiglige. So. Ähm. Schon wieder einer. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Wie oft wollt ihr doch kommen? Verdammte Axt. Vorrückender, feindlicher Transport. So. Gruppe 1, Kapitel hierhin. Und die schön abfangen hier. Die, die Säcke. So. Ähm. Einfach weiter drauf. Weiter in Bewegung bleiben. Das sind nur Kanonen und, äh, Mörser. Das ist nicht ganz so schlimm. So. Dann hier und bauen wir bitte direkt, ähm, Aufhängungen. Glänzer. So. Einfach mal fünf Stück. So. Okay. Puh. Ah, die kommen auch von hier unten an geschissen. Das ist, äh, nicht einfach. Was machst du denn? Warum? Mach doch weiter. Ja. Wir machen mal zwei Lanzer und zwei normale Wattkanonen. So. Wo kommt da hin? Konstruktion abgeschlossen. Da oben. Aha. Das ist ja perfekt. Das ist ja perfekt. Okay. Alles klar. Und ich würde ganz gerne eine Fabrik hier unten haben. Konstruktion abgeschlossen. Eine Wachenfabrik hier unten, bitte. Der ist fertig. Okay, das ist gut. Der kann sich mal auch mal hier hin bewegen. Ähm. Yo. Ja, wobei, wir haben da auch die Mörsergruten. Wir haben auch die... Ja, können wir die bauen? Ja, wir können die bauen. Ähm. Ah, warte mal. Wir müssen ja eine abreißen. Ähm. Reißen wir eine Wachenfabrik hier ab. Ich würde mich, wenn der fettig ist, hier unten noch eine Wachenfabrik aufbauen. Das sind schwere Maschinengewehre. Das passt auch. Da kommt schon wieder der nächste Transport. Okay. Ah, da... Ey, das ist jetzt aber unfair. Ne, 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 ne. So nicht. So ja, du nicht, Leute. So. Ähm. Okay. Lass uns mal hier in Ruhe unsere Verteidigung aufbauen. Was bist du denn für ein feigel Ding? So. Weck damit. So. Ähm. Und dann bitte einmal eine Fabrik hier unten hinbauen. Oh, dann haben wir nämlich hier schön. Einheitenproduktion hier unten. So. Ich würde sagen, wir bauen auch einfach nur Lancer, weil, ähm... Direkt ausbauen natürlich. Weil, scheint so auswertig, würden wir die brauchen hier, ja. Weil der kommt, der kommt überwiegend mit Panzern an. Und deswegen, da das Antipanzerraketen sind... Oh, nicht so schnell. Nicht so schnell hintereinander. Das könnte jetzt nämlich echt knapp werden. So, wo landen die? Da sind sie. Das könnte jetzt nämlich echt knapp werden. Langsam. Oh Mann, oh Mann. Ja, das kriegen wir nochmal hin. Okay, das ist gut. Ai, 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 ai. Oh ne, nur noch Bunkerbuster. Ah ne, okay. Puh. Okay. Lancerpanzer. Gib mir Lancerpanzer. Verdammt nochmal. Wir können hier eigentlich... Produktion abgeschlossen. Nochmal einen. Ähm, was? Okay. Wir können hier eigentlich nochmal eine Fabrik abbauen. Die dann auch nochmal hier hinschicken. Wir suchen hier dann nämlich auch noch eine. Das passt. Wunderbar. Okay. Und die können wir dann zur Verteidigung nehmen. Feindlicher Transport entdeckt. Produktion abgeschlossen. Ja, der Punkt ist jetzt weg, der grüne Punkt. Da kommt er. So, da sitzt er. Okay. Ähm, ja. Könnt ihr mal feuern. Danke. Maschinengewehrpanzer. Okay, dann würde ich vorschlagen, wir bauen mal hier oben einen Sensor-Turm hin. Damit wir schön sehen, wenn die landen. Der Ausdeckungspunkt kann man hier vorne hin. Genau. Und hier eine Reparatur-Einrichtung, damit die Einheiten immer schön operiert werden, natürlich, ne? Der kann bitte hier oben hin. So. Sehr schön. Und dann können wir noch Mörsergruben. Hier hin. Mörsergruben. Genau. Ja, da kommt schon wieder einer. Aber ist okay. Ähm, das ist in Ordnung. Ja, das geht. Ja, ist okay. Wir haben genug Einheiten. Da. Oha. Ähm, die ziehen irgendwie ganz schön viel ab, mehr habe ich gerade. Boah. Okay. Tö. Ähm. Die werden auch immer mehr, habe ich das Gefühl. Immer schöne Bewegungen bleiben, damit die nicht treffen. So. Ja, sehr gut. Okay. Ähm. Weitere Lenzer-Aufhängungen bitte hier oben hin. Was müssen wir eigentlich genau machen? Das frage ich mich jetzt gerade ernsthaft. Was müssen wir machen? Immer weit. Oh. Äh, ist das schon veraltete Technik? Ja. Okay. Äh, wir brauchen... Hallo, wo sind meine Lenzer? Vorrückender feindlicher Transport. Ähm. Ja. Ja, alles klar. Konstruktion abgeschlossen. Boah, die sind nämlich... Die sind nämlich ganz schön heftig gepanzert, die Einheiten. Gebäude wird angegriffen. Warum kann ich keine Lenzer bauen? Gebäude wird angegriffen. Verdammte Axt. Gebäude wird angegriffen. Wir müssen uns nochmal eine neue... Gebäude wird angegriffen. Aber das sind sie doch. Hä, die sind weg. Hier. Nein, da. Und dann einmal mit... Mit Ketten ausrüsten. Genau. So. Okay. Ähm. Das heißt, wir können hier Lenzer bauen. Ach, Quatsch. Ähm. Bitte die hier. Die? Und... Ah, okay. Ich weiß warum. Müssen wir uns einmal... Ausbauen, ja. Okay. Ihr könnt danach bitte die... Reparatureinrichtung reparieren. Produktion abgeschlossen. Oh. Alter. Oh. Feindlicher Transport entdeckt. Kommt schon wieder einer. Ist jetzt die Frage, was müssen wir genau tun? Mission? Ich meine, die Zeit rennt ja weg. Besetzen sie dann die Suche nach der synaptischen Verbindung fort. Produktion abgeschlossen. Das heißt, wir müssen hier noch irgendwo hin. Oder was ist hier los? Autsch. Autsch. Boah, haben die viel. Haben die viele Sachen hier? Ja, Mensch. So. Ja, toll. Natürlich wieder kein Geld. Aber heute wird angegriffen. Das ist keine Energie. Ja. Super. Synaptische... Ja, aber wo sollen... Hä? Okay, der ist weg. Oh, da sind noch drei Stück. Ja, toll. Super. Ganz geil. Echt. Na, ganz toll. So. Da waren es nur noch zwei. Hey, aua. Ja, okay. Hm. Interessante Mission auf jeden Fall. Schon wieder, Eila. Das gibt es ja nicht. Ja, okay. Mit Bunkerpastern kommen sie an. Ja, nett. Ganz toll. Null von Null Artefakte. Null von Null. Zweifachliche Einheit nach Bahn. Warum mindestens sieben Strukturen? Die Leute wurden angegriffen. Ah, okay. Ähm. Hä? 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 Okay. Okay. Dann, äh... Ja. Dann haben wir das ja scheinbar geschafft. Alles klar. Äh... Pff. Okay. Alles klar. Ich bin bei dir nicht so... Warum auch immer. Wir empfangen Übertragungen aus diesem Gebiet. Entschlüsselung läuft. Nexus, die geforderte synaptische Technologie wurde geborgen und auf den Weg geschickt. Kommander, besteigen Sie den Transporter und durchsuchen Sie das ausgewiesene Gebiet nach der feindlichen Forschungseinrichtung. Sobald diese identifiziert ist, begeben Sie sich zum Rückflug nach Landezone 2. Vermeiden Sie zu diesem Zeitpunkt Feindkontakte. Missionstimer aktiviert. Ja, super. Das heißt noch eine Transporter-Mission. Okay. Ähm. Dann brech das mal ab. Einmal Lancer, bitte. Definitiv. Nur Lancer. Ähm. Einmal hier sammeln, bitte. Ey. So. Und hier den Auslieferungspunkt. So. Gut, das heißt wir haben wieder eine Transporter-Mission. Ja, wobei. Das heißt wir brauchen hier eigentlich... Ähm. Reparatureinheiten. Ja, zwei Stück. So. Schwere. Schwere. Das ist ein Geschütz hier. Ja, wartet mal. Ich glaube wir verbessern mal eben unsere Reparatureinheit. Und zwar die statten die mit dem Body aus und machen es ein Kettenfahrzeug. So. Dann haben wir jetzt hier. Genau. Alles klar. Ja. Cool. Ähm. Das heißt wir müssen weiter die synaptische Verbindung erforschen. Wir müssen sie finden. Produktion abgeschlossen. Und äh. Genau. Ja. War schon vier Stück. Da kommen unsere Heiler. Oh. Wieder keine Energie. Das ist echt hier so ein bisschen. Wartet mal. Du kannst doch hier oben hinfahren und dir das holen. Dann mach das doch mal bitte. Spielgeschwindigkeit erhöhen. So. Dann haben wir jetzt hier insgesamt wie viele? Acht. Das heißt zwei können noch mit. Eieiei. Das dauert ja ewig hier. Die kosten aber auch, ne? 212. Bunkerbuster sind die teuersten. So. Veraltete Technik habe ich jetzt mal ausgeblendet. So. Ja genau. Gib mir. Gib uns die Energie. Konstruktion abgeschlossen. Und direkt wieder heimfahren. So mag ich das. Okay. Gut Freunde. Ja dann freue ich mich, dass du auch wieder hier eingeschaltet hast. Bei Bronzezone 2100. Und äh. Genau wie es hier jetzt weiter geht. Mir fällt gerade auf, wir können gar keine Meniken bauen. Das haben sie hier irgendwie gekontekuriert. So. Dann haben wir hier Team 1, Team 2. Und beide rein da. So. Und dann schauen wir uns das mal an. Rein da. Los. Währenddessen produzieren wir weiter. Ich werde jetzt nämlich tatsächlich ausschließlich Lenzer bauen. So. Wo soll's auch da rein? Befehlsverweigerer. Geht so gar nicht hier. Okay. Und dann können wir los. Produktion abgeschlossen. Tschüss. Okay. Eine kleine Memph. Mit schwerem Gerät hier. Definitiv. Mit schwerem Gerät. Spielgeschwindigkeit wieder zurückgesetzt. Ach ne Scavenger Basis. Ja gut. Das ist ja. Scavenger sind ja zum Frühstück mittlerweile. Heile dich wahr. So. Das sind ja nur Scavenger. Oh. Aber die machen ganz schön Schaden. Wow. Ja. Heile, heile machen bitte. So. Okay. Wie viel haben wir denn jetzt noch hier? Wir brauchen die lange zum Heilen. Na gut. Das sind ja auch. schweres Geschütz hier. Das ist klar, dass das Läger dauert. Oh. Okay. Ja gut. Komm. Da können wir reinrushen. Los. Na komm. Schieß doch. Genau. So. Ja. Da können wir einfach reinrushen. Wie gesagt. Das sind ja nur Scavenger. Oh shit. Ja. Ah. Ihr seht es, ne? Ach. Ganz schönen Schaden. Aber ey. Wir haben es hingekriegt. Okay. Eine von drei Basen. Zerstört. Okay. Ja wunderbar. Ihr müsst den hier noch heilen, bitte. Das ist ganz schön im Canyon-lastig hier, dieses Gebiet, ne? Das ist ganz schön im Canyon-lastig hier, dieses Gebiet, ne? Ja. Ihr seht es, ne? So, dann gucken wir uns mal weiter oben hier. Was haben wir denn hier in Mochs? Ein paar Scavenger, die direkt weg sind. Oh, shit. Wow. Okay, diese Mini-Raketen sind teilweise echt heftig. Halt den mal schön voll. Oh, Energie. Das ist gut. Boah, gib mir die Energie. Oh, sehr schön. Ein Bonus quasi. Okay. Ja, finde ich gut. Können wir auch gebrauchen. So, weil wir haben ja hier noch unsere Produktionen am Laufen. So. Okay. Und schon ist die Energie wieder weg, ey. Ja, krass. Und schon ist die Energie wieder weg. Äh, ja? Wo fahrt ihr hin? Na, findet mal euren Weg. 18 Minuten. In Spielzeit, ja. Einmal sammeln hier unten. Team 2 bitte hier unten hin. Ja, wohl. Wollen sie nicht. Okay. So, wir sind hier in der Nähe von der Basis. Ähm. Ja, dann schauen wir mal, was sie uns hier... Was sie uns hier fieses entgegenbringen. Da sind wieder ein paar Einheiten von denen. Aber das ist nicht schlimm. Das ist nicht schlimm. So. Ja, da kommen sie wieder mit. Oha. Ja. Alles klar. Eine extreme Basis hier. Oha. Ja, klar. Was ist das denn? Ja, ist klar. Sonst noch Wünsche. Ah, ja, klar. Okay, da hin müssen wir. Team 2 ist weg. Wir haben noch ein Panzer übrig, ey. Ja, die haben gesagt, vermeiden Sie Feindeskontakt. Ähm. Ja, das hätten wir definitiv tun sollen, ey. Upsi. Aber ja, wir sind da. Shit. Ach, Gott sei Dank. Okay. Wir haben diese Nachricht an das New Paradigm entschlüsselt. Gute Arbeit. Sobald wir das Artefakt analysiert und bewertet haben, folgt die Belohnung. Commander, Verstärkungen sind verfügbar. Zerstören Sie die Basis des New Paradigms und bergen Sie alle vorhandenen Artefakte. Sammeln Sie Ihre Truppen in Landezone 2, sobald die Mission abgeschlossen wurde. Okay. Oh Gott, der geht kaputt. Shit. Was? W-w-w-w-w-w-w-w-w-wäh? Wie jetzt? Ähm. Okay. Hahaha. Das ist jetzt krass gewesen. Das war da... Ist das echt wieder vom... Haben wir geladen? Oh nein. Wir haben es nicht gespeichert. Missionstimer aktiviert. Das ist jetzt nicht wahr. Produktion abgeschlossen. Das ist jetzt... Wartet mal, wir haben doch... Stopp. Wir haben doch Autosaves. Missionstimer aktiviert. Boah. 10 Minuten. Wir haben... Aber trotzdem, das ist... Äh... Kein aktueller Stand. Gut. Ähm... Ist da was, Freunde? Wir sehen uns da nochmal wieder. Ich spiele auch bis dahin nach. Und äh... Ja. Dann würde ich sagen, bis gleich. So, da bin ich wieder. Ähm... Ja, wir sind jetzt wieder an der Stelle. Kurz bevor wir die Landezone erreichen. Und es gibt ja scheinbar noch so eine andere Gruppierung. Die nennt sich Nexus. Okay. Ähm... Dreht mal bitte um und macht die kaputt. Die geben wir grad dezent auf die Nerven. So. Ähm... Weil ihr seht's ne... Wartet mal. Bessere Taktik. Heilt mal lieber erstmal. So. Genau. Das nämlich... Das wird nämlich interessant. Also, ähm... Die Nexus-Gruppe scheint auch ziemlich mächtig zu sein. Und äh... Ja. Äh... Nicht mehr gespannt, was es da noch so alles auf uns zukommt. So, halt bitte. Alle Einheiten hoch. Weil wir dürfen nicht unter Null kommen. Bzw. auf Null Einheiten hier kommen, weil dann haben wir verloren. Und ich muss mich angewöhnen, in dem Spiel echt öfter zu speichern. Alles klar. Scavager nur. Okay. Echt öfter speichern, weil das, äh... Könnte sonst nach hinten losgehen, tatsächlich. So, das heißt, wir können hier los. Noch mal speichern. Ja. Das hat sich alle fünf Minuten, oder so. Okay. Ja, ist okay. Haut ab. So, das heißt, wir können uns hier die Verstärkung abholen. Boah. Okay. Äh... Ja. Gruppe 2, heil den, bitte. So, manisch. Okay, ich hätte gerne verstärkt. Den, 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 den. Ja, heiler könnte ich jetzt eigentlich auch nochmal gebrauchen, aber habe ich keine Shit. Okay, dann schick los. Und wir haben jetzt eine Stunde Zeit. Okay. Ach, und die wollen sich hier aufbauen, oder was? Vergiss es. Vergiss es. Nichts da. Nichts da. Ach, Shit. Die, die Heiler sind aber auch so doof, ey. Die fahren immer nach vorne, was? Ach, Heiler. Verdammte Axt. So. Da wollten die sich hier aufbauen. Habt ihr das gesehen? So, wartet mal. Ich würde mal sagen, wir bauen hier, ähm, Heiler. Die brauchen wir nämlich. Die, 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 wenn wir diese Basis erfolgreich auseinandernehmen wollen, braucht die Heiler. Na, ich sehe gerade, wir könnten auch Uka-Basta gebrauchen. Eigentlich, aber... Äh, lass uns das einfach so machen. Oh, nein. Nicht noch mehr Einheiten hier. Verdammte Axt. Team 2, du sollst bitte heilen. Oh, was ist denn? Was ist hier los? Die Erland ist ohne nicht sicher. Danke. Ähm, wir ziehen uns mal zurück. Okay, da ist auch schon die Uhr. Okay, wir ziehen uns zurück. Ach, Aua. Hallo? Du sollst den losschicken. Och. Extrem zeitverplämpernd jetzt. Okay, egal. Ähm, wir leben. Ähm, wir leben. Äh, Alter. Noch leben wir. Okay. Ach, könnt ihr mal... Du kannst bitte auch mal heilen. Oh, das wird, das wird knapp jetzt. Ah, blöde Scavager noch. Äh, jetzt bin ich eh wieder kaputt. Okay, wir haben's... Ach, Mann. Viel zu viel Zeit verplämpert hier. Verdammt nochmal. Okay. So. Dann mach die weg. Mach die weg. Mach die einfach weg. Mach die Penner da einfach weg mit ihren blöden Mini-Raket-Dingern. So, verdammt nochmal. Ähm. Hallo? Wie viele Panzer wollen da noch kommen? Die Heiler, die heilen auch immer die Falschen, ey. Das kann's ja wohl jetzt nicht sein. Die heilen immer die... Die machen gar nix, die Heiler. Das ist ja das Problem. Die blöden Mini-Raketen von den Scavenger, die nerven auch irgendwie. Ja, irgendwie... Also diese extrem schwer gepanzerten... Panzer... Einheiten hier. Kannst du bitte mal heilen, du? Die Heileinheit hat angegriffen. Dumme Heileinheit. Sorry, aber... Das verhagelt uns noch das Ende. Eintreffende Aufklärung. So. Okay. Hier machen wir dann beim nächsten Mal weiter. Ähm. Gut, Freunde. Dann würde ich sagen, wenn euch diese Folge gefallen ist, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da. Und dann lasst die Glocke läuten. Ey, würde mich sehr freuen. Erzählst gerne weiter, den Kanal. Und, äh, ja. Bis hier weiter geht's, ich werde doch beim nächsten Mal. Und, ja. Da würde ich sagen, würde ich euch noch schönen Abend oder schönen Dach. Ne? Tschü tschü.